hallo meine lieben und zwar habe ich wieder einen mega xxxxxxxxl haul wir waren im kaufland im rossmann im dm wo waren wir noch im lidl auf der tankstelle wir haben getankt genau mein mann hat im kaufland noch kühler frostschutz gekauft für das auto kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen groß zigarettenschachtel und ein energy drink genau jetzt haben wir mal an und zwar haben wir im kaufland einmal das brot gekauft dann haben wir im kaufland ein 6er pack von diesem bex green lemon ein 6er pack dann habe ich einmal kaufland zitronentee ja zweimal dann einmal diese penne nudeln dann einmal spitzen langkornreis im kochbeutel dann einmal waldfrucht diesen zitronentee dann einmal mein schokomüsli dann zweimal spaghetti dann haben wir einmal mühlbeutel dann einmal rapsöl dann hat mein mann sich einmal diese 5 minuten terrine da gekauft dann haben wir viermal viermal gemüsereis gemüse mais nicht reis mais dann haben wir zweimal champignons dritte wahl in scheiben dann haben wir viermal milch also vier stück von der milch dann zweimal knoblauchsoße dann haben wir einmal magi und einmal rinderbouillon dann einmal nutella 50 prozent gratis genau dann habe ich einmal für silvestermorgen rotkäppchen fruchtsäckung mango das ohne alkohol dann einmal im kaufland als kaufland jetzt jeder von briel antifett power und mineral mineralische perlen die habe ich mal genommen die habe ich mal genommen dann haben wir einmal diese brötchen dann zweimal toast dann einmal die pizza mit thunfisch einmal mit dem käse dann zweimal hamburger dann einmal das kebabfleisch dann einmal knusperkartoffeltaschen mit frischkäse und kräuter und dasselbe nochmal mit spinat dann einmal camembert dann haben wir einmal diese wonder zinni minis die ja wollte mein mann mal haben die muss ich nachher umfüllen dann einmal diese mirako bledinger da dann einmal für meine hunde genau die sind zwölf stück drin dann hat mein mann sich für morgen zweimal dieses bier gekauft dann habe ich zweimal mein anike säfte dann einmal baguette salami mit salami edama und paprika da sind sechs stück drin dann einmal taschentüche diese box dann einmal diese maistortilio diese webs da sind sechs stück drin die haben wir mal mitgenommen ja dann haben wir zweimal spaghetti mit tomatensoße die haben wir gekauft dann haben wir meine hunde diese zahnsticks dann habe ich viermal salami zwei mal bierschinken dann habe ich dreimal geflügel mortadella dann zwei mal diesen tostkäse dann einmal diesen gouda holland jungkäse cremig mild am stück die wollen wir dann stückchen schneiden mit trauben dann einmal geräucherter lachs dann habe ich eins zwei drei vier fünfmal putenbrust dann habe ich mir einmal ein dioroller geholt auch als kaufland von far pink pink passion dieses hier und mein mann hat sich da geholt es ist neu von hydrofugal mähn frisch und stark erfrischender duft langanhaltend frisch und trocken starker schutz genau von der hat meine mama gekauft weil er momentan so ein paar reizungen unter den armen hat und der verträgt ein D ohne deswegen probiert er das jetzt mal aus dann einmal leberwurst dann zweimal spaghetti bolognese die tüte und viermal geschnetzelte syrischer art dann habe ich im rossmann backpapier in diese zuschnitte gekauft backpapier ging uns auch leer dann habe ich im rossmann zweimal von domol diesen weichspüler gekauft dann war ich im fressnapf da habe ich für meinen hamster diesen chinchilla sand geholt von multifit genau das ging wieder leer diesen sand dann habe ich im fressnapf für meine hasen von multifit mal so ein gemischtes futter geholt mit karotten zahnpflege 15,5 prozent rohfaser genau dieses hier habe ich mal geholt mal gucken ob das hier schmeckt dann habe ich im futterhaus dann habe ich im futterhaus für meinen zweiten hasen auch so ein futterball gekauft dann habe ich im futterhaus nochmal einen ganzen sack wockenfutter geholt für meine homo Die haben zwar noch, aber ich hole die mal im Vorrat. Dann im Lidl 6er Sprudel. Dann haben wir im Lidl 3 Balliner gekauft mit Kaffee. Wollte schnell machen. Dann habe ich mir im Lidl von Esmara so ein Windset. Das ist ein Pullover mit Jacke zusammen eingenäht. Fand ich sehr schön. Ja, die hier haben wir schon gegessen. Das waren Geflügel wie in der Käse Paprika vom Lidl. Schmecken sehr, sehr gut. Dann war mein Mann im Aldi. Da hat er Eisbergsalat gekauft. Und da hat er einmal diese Dumbo Schokolade geholt. Und diese Schokolade. Und der hat im Aldi zwei Gurken gekauft. So, dann habe ich im Rossmann 15 Mal diese Winston Junior Topfreich an Geflügel geholt. 15 Stück. Dann habe ich für meine Hasen diese von Vincent, diese Nagastixkruel mit Apfel und Walnüsse. Und mit Löwenzahn und Pastinaken. Die zeige ich euch immer. Und für meine Hasen einmal dieses Futter. Dann habe ich im Rossmann von Domol für die Toilette das gekauft. Dann habe ich mir eine neue Maske geholt. Limitierte Edition von Isana Peel Off Maske Pink Pearl. Diese hier. Dann einmal von Domol Hygienespray. Dann habe ich für meinen Mann im Rossmann zweimal sein Sensitiv Duschgel gekauft. Dann habe ich im Rossmann, das ist neu. Limitierte Edition verwöhnt Snacks mit Ente und Rote Beete mit Thronhahn und Kürbis. Für meine Hunde. Mal ausprobieren, ob die das mögen. So, dann komme ich zu DM. DM. Einmal meine Binden. Achso, mein Mann hat noch die hier im Aldi geholt. Dann habe ich im DM diese Masken geholt. Davon habe ich euch hier in meinem Maskenvideo mein anderes gezeigt. Von der ganzen Maske. Dann habe ich diese neue gekauft. Dann wieder zweimal meine Erfrischungstücher. Dann einmal von Sacrotan. Diese No Touch. Stark gegen Bakterien mit Brombeere und Waldfrüchte. Genau, das ging uns auch leer. Dann einmal so eine Handseife. Das Duschgelatrie riecht ja mega gut, gell? Dann habe ich mir dort einmal Parfüm frei von Balea 10% Aloe Vera. Belebende Augenpflege mal gekauft. Wollte ich mal ausprobieren. Dann von Essence habe ich die neue Palette gekauft. My Power Is. Das ist mein Sternzeichen Fisch. Kann man so aufmachen. Sieht dann einmal so aus. Und das sind die Farben. Wunder, wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Dann von IOTI gibt es neue iPads. Da habe ich drei Stück mitgenommen. In so einer Herzform. Da habe ich dreimal mitgeholt. Dann einmal von Balea Body Cream. Cozy Rinse. Also pflegend und verwöhnend mit Baaba. 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 Oh, Gottes Willen. Baaba Böhl. Baaba Böhl. Baaba Böhl. Und Kakaobutter. Komischer Name. Ich schalte es mal in die Kamera. Ist so ein Pott. dann einmal von denkt mit so ein hygienespüler dann habe ich da einmal mein shampoo meine spülung ich wechsel immer ab und ich habe von der selben le von essence my power ist diesen spray mitgenommen und da sind so großen quartz batist batist steine drin genau ich werde auch ein separates video dazu abdrehen und ich habe im dm zweimal diese schokolade geschenkt bekommen im fressnapf da habe ich hier so ein bonbon geschenkt bekommen dann habe ich im dm zweimal von diesen packs mitgenommen da habe ich zwei stück mitgenommen dann habe ich im kaufland viermal unterlagen mitgenommen und im liebe haben wir so einen wunderschönen teppich gekauft so sieht der aus der gefällt mir mega gut für unten im flur dann habe ich im rossmann toilettenpapier gekauft jetzt sind wir auch schon zur letzten tüte im lidl einmal trauben einmal orangensaft zweimal cola dann haben wir einmal eine sushi box mitgenommen dann zweimal diese sticks dann einmal dieser rohr schinken hier und einmal diesen lachs schinken dann einmal mein mann sich ja diese genommen als ich für uns beide dann haben wir uns einmal diese schicken nuggets box dann hier so glücksbringer so ein magnet und schweinchen dann eine schneekugel mit so einem schweinchen und eine schneekugel mit männchen drin soll uns ja auch glück bringen dann habe ich zweimal im lidl dieser körniger frischkäse gekauft den gebe ich ab und zu mal meinen hunden auch mal unter dem trockenfutter ist sehr gut dann einmal eiersalat dann einmal thunfisch salat dann einmal unser streichkäse mit kräuter dann war im lidl für den euro noch was dieser von heler gewürzketchup curry im angebot und dann haben wir einmal von bernsen maracuja mitgenommen für morgen und wir haben einmal von bernsen apfel mitgenommen auch für morgen und das war es gewesen eine ganze ganze menge das muss alles mal verräumen und dann muss ich noch ein bisschen sauber machen und ich krieg ja noch besuch meine eltern kommen noch vorbei so wenn euch mein video gefallen hat gibt dem video an daumen nach oben würde ich mich mega drüber freuen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren verpasst ihr auch kein video mehr ich bin auf instagram heiße ich goldener engel werde ich euch in die infobox schreiben so passt schön auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund und bis dahin ciao Bis zum nächsten Mal.